Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört, aber bei mir fahren gerade hier die Einsatzfahrzeuge vorbei mit Blaulicht und Martinshorn offensichtlich. Nicht so arg weit zumindest mal entfernt, ein paar Straßen weiter. Und das ist eigentlich die perfekte Einstimmung auf das, was gerade am Markt passiert. Denn wir haben Daten gehabt eben gerade. Ihr seht das hier noch ganz eindrücklich beim Dow Jones. Wir gucken uns als erstes mal die Daten an, damit wir auch wissen, wovon wir reden. Es gab Verbraucherpreisinformationen, die Kernrate der Verbraucherpreise und die Verbraucherpreise per se. Und zwar erwartet wurde 8,8 nach 8,6 und sie sind mit 9,1 noch schlechter ausgefallen als erwartet. Und dementsprechend einige sagen ja und über 9, das ist ja nun ein No-Go. Die Marke 9, die war jetzt der Brecher schlechthin. Aber unabhängig davon, die Inflation in Amerika, wir reden hier rein von amerikanischen Daten für die USA, die hat die Inflation nach wie vor nicht im Griff, also zumindest mal nicht eingefangen. Ihr dürft ja nicht vergessen, es geht ja noch nicht mal darum, wenn der jetzt anfängt zu sinken, dass die Preise nicht mehr steigern. Aber die Steigerung nimmt immer noch mehr zu. Und offensichtlich haben das viele Marktteilnehmer sehr negativ aufgefasst. Das ist das, was das im Chart nachher bewirkt hat. Und das ist natürlich für mich die perfekte Einleitung auf die Frage, siehste mal, das kann die Charttechnik nicht vorhersehen. Das ist 100 Prozent richtig. Also die Charttechnik kann Bewegungen dieser Art nicht vorhersagen. Und es ist eigentlich auch nicht die Aufgabe, auch wenn man sich das natürlich wünscht. Es wäre natürlich toll, wenn man sagen würde, an den Charts kann ich ablesen, ob als nächstes dieses oder jenes vermeldet wird oder ob dieser oder jener Präsident oder Sprecher von irgendwo was, dass der und das und das als nächstes sagen wird. Das ist natürlich Teneff. Der Chart allerdings ist quasi das perfekte Umfragebarometer der Marktteilnehmer. Wie fandet ihr die Nachricht, dass die Zahlen so schlecht ausgefallen sind oder die Inflation so hoch ist? So, das kann man hier besser ablesen als in Gesichtern. Denn das ist tatsächlich echte Entscheidung, was die Marktteilnehmer nicht nur denken, was sie sagen, man müsste mal, sondern was sie tatsächlich getan haben. Und da sind wir bei dem eigentlichen Thema der Charttechnik. Charttechnik ist eben nicht ein Vorhersageinstrument, um sicher zu sagen, was passiert. Also solche Sachen auszuschließen oder zu sagen, das passiert jetzt heute Nachmittag. Aber um damit sichtbar zu machen, was bedeutet denn das? So, und wenn wir natürlich eine Bewegung haben, die wie so aussieht, wo man sagt, ja, der Markt kriecht nach oben, das ist nun mal typisch korrektives Verhalten, insbesondere nach so einer starken Abwehrseite, dann weiß man, dass typischerweise, wenn dieses Verhalten beendet wird, dafür ist zum Beispiel das Zwischentief interessant, dass zumindest mal sowas in der Art nochmal passiert nach hinten raus. Das ist hier ein bisschen schwierig, weil der Markt so nach oben gekommen ist. Also ich will euch damit jetzt nicht zeigen, guckt mal, das war ein perfekter Trade. Ich habe ihn nicht gemacht. Ich handel sogar gar nicht zu diesen Uhrzeiten, wenn da solche Nachrichten rauskommen, weil da häufig zwar tolle Bewegungen stattfinden, aber die Ausführungen unmöglich sind. Also ich sage mal ganz ehrlich, um diese Uhrzeiten versuche ich immer meine Position entweder wegzulassen, also gar nicht zu handeln oder aber im Anschluss darauf irgendwas zu tun und kleinere Positionen, also im kleineren Marktumfeld, wie hier jetzt fünf Minuten Chart, dann gegebenenfalls vorher zu pausieren, zu canceln die Orders oder was weiß ich was. Denn solche Sachen sind in der Regel teuer. Und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ich mache das Ganze schon ziemlich lange. So, also das ist jetzt das, was tatsächlich passiert ist. Bedeutet das jetzt irgendwie was ganz Schlimmes? Nee, im Großen zumindest mal erstmal noch nicht. Bleiben wir ganz kurz beim amerikanischen Markt. Die nächsten Unterstützung, ich will das jetzt nicht genau herleiten, sonst sind wir noch eine Stunde hier bei 30.100 in etwa. Das sind so Unterstützungsmarken hier. Also ihr seht schon irgendwie sowas. Solange wir oberhalb bleiben, haben die Marktteilnehmer zwar sich jetzt erschrocken, guckt mal, da ist ja zusammengezuckt, der Markt, aber es ist ja noch alles in Ordnung. Es ist immer noch das typische Bild, was hier erst dann sich entscheidet, ob der Markt sagt nach dieser Geschichte, jo, dann geht es jetzt richtig los, Schub hoch, wackeli runter, oder ob der Markt sagt, ihr könnt uns alle mal, wir drehen nach unten weg. Also das passiert an diesen Unterstützungsmarken hier unten drunter. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, die im Auge zu behalten. Ich habe es gesagt, 30.100, 30.000, irgendwie so in dieser Richtung, müsste damit rechnen. Das bezieht sich natürlich auch auf die anderen Indizes. Da haben wir ähnliche Marken, 3.700. Ungefähr, bitte nicht millimetergenau auffassen, aber das grundsätzliche Prinzip ist da und beim Nasdaq ist es ungefähr bei 10, nein, Entschuldigung, 11.300. Erst wenn er da wirklich deutlich runter geht, also nicht aufhält an der Marke, dann wird es halt nochmal im großen Bild nochmal negativer. Aber wir wollen in diesen Nachmittags-Updates ja nicht so sehr das große Bild angucken, aber ich weiß, euch interessiert das natürlich auch. Deshalb habe ich mir gedacht, das muss ich zumindest mal ein bisschen erwähnen. Was mache ich denn jetzt heute Nachmittag mit der Situation? Ja, solange wir eine starke Abwärtsbewegung haben, stellt euch vor, das wird jetzt so ein Dreiweller und dann bricht er durch diese Tiefmarke. Ja, dann gehe ich nicht long. Das sind für mich Marken, an denen man nochmal in die starke Richtung gehen kann, insbesondere wenn die ja dann relativ schwach ist. Denkt immer dran, die starke Richtung sehen. Das ist dann unsere Lieblingshandelsrichtung. Diese Zwischentiefs hier, das wären dann mögliche Trigger, um zu sagen, die ist doch viel schwächer, die Bewegung, weil dreiwellig. Die ist übrigens jetzt, sieht die zwar dreiwellig aus, aber wenn es in einer Viertelstunde so weiter sieht, sieht die überhaupt nicht dreiwellig aus, sondern impulsiv fünfwellig. Deshalb ist es wichtig, nicht zu sagen, komm, du kannst doch jetzt schon Short gehen, weil jetzt schon dreiwellig. Das sehe ich ja erst, wenn ich den Teil dann sehe. Aber wenn er hier durchgeht, ist das nicht mehr möglich. Und damit sind wir auf der Short-Seite. Und die war ja attraktiv, weil die war stark und schnell. Und bietet ja eben noch, wie gesagt, Ziele, die weiter unterhalb sind. Also ihr seht, was die Chart-Technik kann und was sie nicht kann. Also die Vorhersage kann sie nicht. Aber was sie gut kann, ist, daraus Trading-Ideen ableitbar machen, wo man sagt, ah, für ein kleines Teilstück weiß ich jetzt wieder, was gespielt wird. Und das geht im Tageschart grundsätzlich genauso wie jetzt hier im 5-Minuten-Chart oder auf ganz kleinen Ebenen. Also ihr seht, das ist natürlich etwas, was ihr bei vielen Märkten jetzt hier auch beim S&P angucken könnt, auch beim Dow Jones. Also wenn wir da jetzt irgendwie was möglichst wackeliges hochkriegen, ist das nicht vertrauenserweckend für die bullische Seite. Dann wären die Unterseiten. Manch einer guckt auf Trendkanäle. Ich mag lieber die horizontalen Linien. Die sind immer eindeutiger. Das andere ist häufig, dass man dann sagt, ja, aber soll ich so zeichnen oder so? Dann hat man dann verschiedene Marken. Das wird dann häufig unübersichtlich. Also da würde ich mich dann eher etwas bedeckter halten. Aber die Untermarken, die bieten sich dann für Einstiege dort ohne weiteres hervorragend an. Deshalb nutze ich die eigentlich immer ganz gerne. So, dann lohnt natürlich noch der Blick auf den DAX. Wenn wir uns den mal angucken, naja, wir können es auch hier beim DAX Future noch mal angucken. Ganz kurz hier den DAX Future. Der hat natürlich auch mit gewackelt. Der fiebert doch mit. Das ist doch klar. Die Marktteilnehmer erschrecken sich doch. Aber diese Aufwärtsbewegung und diese aktuelle Abwärtsbewegung, die spricht immer noch die Sprache, dass eigentlich die Erwartungshaltung ist, dass der Kurs nach oben geht. Und dafür müsste der Kurs jetzt idealerweise einen Schub hoch machen und wackelig runter. Na ja, schauen wir mal, was das gibt. Das sieht doch schon so ansatzweise so aus. Also die ganz kurzfristigen, je nachdem, wie schnell ihr das Video zu sehen bekommt jetzt hier, können da mal drauf gucken, ob das nicht so eine Sache ist. Also der DAX ist da gar nicht so negativ drauf. Gut, die Amerikaner sind etwas tiefer. Ihr habt es gesehen von den Zeichnungen, die ich eingezeichnet habe. Der DAX steht da, was das angeht, ein bisschen besser da. Und im Großen haben wir hier natürlich nach wie vor die Möglichkeit auch zu sagen, die Zwischenhochs hier bieten sich an, hier nochmal für eine Long-Seite, wenn man nicht auf der ganz kurzen Ebene entsprechend unterwegs sein will. Achtet immer drauf, wo ist die starke Bewegungsrichtung, wo sind die wackeligen, schwachen Bewegungsrichtungen. Und dann sagt ihr, mach ich doch bei der starken Bewegungsrichtung lieber mit. Da habe ich am Ende mehr davon. So, ich hoffe, dass das ein bisschen inspirierend und ein bisschen erklärend ist. Also nochmal der Hinweis, bitte geht niemals davon aus, dass der Chart das vorhersagbar macht, was passiert. Das wäre ja wohl noch schöner. Also klar wäre das noch schöner, aber wie soll er das denn machen können? Was er allerdings gut macht, er stellt ziemlich klar, wie die Marktteilnehmer zur aktuellen Nachrichtenlage stehen, ob sie das wirklich so intensiv auffassen, so negativ oder so, wie auch immer oder eben auch nicht. Und deshalb mein Tipp an euch, behaltet den Chart immer im Auge, selbst wenn ihr fundamental immer wieder mitdenken wollt und mitplanen wollt, wie ihr eure Trades macht. Aber schaut euch das an, was die Marktteilnehmer aus den jeweiligen Situationen machen. Ich glaube, damit hat man eine Menge mehr Information, als wenn man sagt, nö, nö, ich weiß das eh besser, was die anderen machen, interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis bald.